Hallo und herzlich willkommen zum ersten Market Brief von Trainingportal.net in dieser spannenden Handelswoche, die vor allem im Fokus des FOMC-Meetings der FED steht morgen hier live auf diesem Kanal. Gestern der Handelsauftakt in die Woche fast schon ein bisschen klassisch, wir hatten kaum Impulsgeber vom Wirtschaftskalender, zweigeteilte Märkte, Nebenwerte Rot, Tech war wieder grün, die Renditen zogen an, wir hatten einige Differgensen, wir hatten die Ölpreise, die auf Jahreshoch gestiegen sind, aber das wurde alles ein bisschen ignoriert. Denn wir hatten ja, KI hatten wir wieder, beziehungsweise auch die Hoffnung auf die KI-Konferenz, die erste KI-Konferenz von NVIDIA, der gestern Abend gestartet ist, dann hatten wir noch die Kooperation Apple und Google, das hat alles ein bisschen wieder gepusht, aber ich hatte es gestern auch schon im Trading Chat geschrieben, das ist ein bisschen so typisch, man fiebert so zu einem Event hin, die KI-Konferenz, buy the rumors und dann sell the fact, sell the news, wenn es dann soweit ist, dann noch, ach ist das ja vorbei, müssen wir das nächste suchen. Mal gucken, ob das sell the news dann in der Tat aufkommen wird, schauen wir uns heute alles im Detail an, wir schauen uns auch ein bisschen Apple an, wir schauen uns NVIDIA an, wir schauen uns an, was die institutionellen Anleger machen, ob da vielleicht ein Warnsignal zu erkennen ist. Am Ende des Videos dann auch noch der DAX Shortcheck, also es steht hier einiges an zum Market Briefing, zuvor aber noch der Hinweis bei einiges in dieser Woche ansteht, wir haben noch unsere große Rabattaktion am Laufen. 5.555 Abonnenten für diesen tollen Kanal, vielen Dank für die Abos, wer aber in die Premium-Bereich mit hineinkommen möchte, ersten Link in der Videobeschreibung, gibt einen großen, großen Mehrwert, große Community, mein Signalscreener hat die Beta-Phase verlassen, kommt gerne mit hinein, wie gesagt, vermutlich das einzige Angebot in diesem Jahr, das sollte man wahrnehmen, läuft noch bis Ende dieser Woche. Aber jetzt geht es hinein in die Märkte und wir gehen mal auf den gestrigen Handelstag, der hier zu sehen ist, ich hatte schon gesagt, ziemlich zweigeteilt sind noch mit Schwung reingekommen, der Russell, die US-Nebenwerte waren im Minus, Down nur minimal im Plus, der Nasdaq war hingegen der Outperformer, aber auch alles, was hier erkennen wir, sind ja mit Schwung reingekommen, aber alle haben so ein bisschen dann, oder ziemlich deutlich dann sogar, sich vom Tageshoch wieder entfernt, Und charttechnisch schauen wir uns die Lage noch mit einem extra Video an, vermutlich gegen Mittagszeit oder auch per Livestream mit der US-Opening-Bell, kommt mit hinein, abonniert den Kanal und verpasst ihr dieses wichtige Video nicht. Also charttechnisch schauen wir uns diese Sache dann noch an, kurz auch noch unter Blick im Verhältnis Nasdaq zu Russell, das ist ja immer das Hin und Her, die wechseln sich ab, mal ist Nasdaq der Outperformer, dann ist der Russell der Underperformer, so wie gestern und dann ist es wieder andersrum. Heute in diesem Muster müsste es sein, dass der Russell wieder der Outperformer ist und der Nasdaq der Underperformer, würde vielleicht ein bisschen passen zu dem Punkt, was ich eben gesagt habe, bei The Rumor, Sales Effect, Sales News, dass eben der KI-Push, den wir gestern gesehen haben, der angetrieben hat, heute nicht mitgeschleppt werden kann. Das war einfach nur kurz gezeigt, dieses Hin und Her. Die Renditen sind gestern wieder angestiegen, ich hatte es schon gesagt, die Renditen der US-Staatsanleihen steigen erst seit letzter Woche an, merkt man aber auch teilweise am Markt, gerade bei den Mid-Caps, Mid-Caps oder Small-Caps, der Russell 2000, der gestern auch wieder im Minus stand, da kommt das schon an. Beim Nasdaq ist ein bisschen der Punkt, ach, die haben doch KI, ist doch alles gut, was soll da schon passieren? Aber die Erwartungshaltung an die FED geht immer weiter zurück. Morgen, wie gesagt, ist die FED dran mit ihren Beschlüssen. Das wird sehr spannend, die Jerome Paul da auftreten wird. Aktuell sind sogar nicht mehr drei Zinssenkungen in diesem Jahr eingepreist. Einige prognostizieren sogar gar keine Zinssenkung mehr. Mal gucken, ob das extrem kommen wird, daran glaube ich nicht so wirklich. Das Zinsband ist so hoch, aber es sieht wirklich danach aus, dass hier eine große Zinswende eigentlich abgeschrieben wird, dass die nicht kommen wird. Es sei denn, wir haben irgendein externes Ereignis, ein großes Ereignis, Regionalbackenkrise oder ähnliches auf uns zukommen. Was ja auch nicht so ganz unlogisch wäre, unwahrscheinlich wäre, denn viele Hochzinsphasen endeten genau mit einem Knall. Momentan, das kann man aber schlecht sehen. Drei Zinsschritte noch nicht mal mehr drin, das wären noch nicht mal 75 Basispunkte. Und von einem Zinsband von 550 Basispunkte wird, ja, dann wäre die Geldpolitik alles andere als locker. Hier nochmal die US-Renditen in Form der 10-jährigen Staatsanleihe. Er hat sich ja positioniert bei 4,35%. Das ist die Zone, ihr habt mir schon mal angeguckt, aus dem hier angekommenen Sinn. Jetzt mal gucken, ob wir sich zurückfallen. Es ist ja rein short-technisch gesehen, haben hier einen Abwärtstrend. Hier winkt so eine kleine Bärenflag, die dann aufgelöst wird. Aber dieser Rebound, das hat mir zum Wochenausblick gesagt, da kann noch was nachkommen, vielleicht Richtung 4,5%. Und man positioniert sich perfekt einen Tag vor der FED am Jahreshoch, springt man dort rüber, in der Tat zu 4,5%. Ich glaube, dann wird der Nasdaq da auch reagieren müssen, beziehungsweise auch der breite Aktienmarkt. Gestern ja komplett ignoriert, wir haben ja KI. Was interessiert da, ist dann bloß die Nebenwerte geschwitzt, auch der Regionalbankenindex gestern wieder im Minus gewesen. Aber die spüren da schon, dass hier die Zinswende ausfällt und die Renditen weiter teuer bleiben, beziehungsweise Hochzinsphase. Nasdaq hier mit der Differgenz weiter zur US, nochmal zur Rendite der US, die Anleiherenditen der 10-jährigen US-Staatsanleihe. So haben wir es immer noch mit der großen Differgenz offen, hier invertiert dargestellt. Der Anstieg Richtung Jahreshoch, also quasi umgekehrter Chart ist das jetzt. Man ist in der Tat positioniert vor der FED. Das wird wirklich sehr spannend. Schauen wir uns dann alles morgen live an, wie dort die Reaktion sein wird. Es sieht ein bisschen danach aus, dass in der Tat so ein Spike kommen kann, Richtung 4,5%. Und dann die Differgenz noch weiter aufgeht. Und mal gucken, ob KI das dann halten kann. Also das ist wirklich interessant. Positioniert hat man sich hier. Apple, Google hatten gestern wieder eine Schlagzeile gehabt. Google KI soll auf den iPhones laufen. Google hat besonders profitiert. Also Alphabet gestern ordentlich zugelegt. Ich kann es mal kurz sagen. Ja, 4,5% hat aber auch, standen schon besser da, wieder abgegeben. Apple, ja, 0,6% am Ende noch am Plus standen, auch besser da, sehen wir ein bisschen. Tageskerze hat wieder gut abgegeben. War für mich auch ein bisschen zweifelhaft. Warum feiert denn das Apple? Ja, schön, sie haben eine KI-Kooperation. Aber wieso hat das eines der wertvollsten Unternehmen, es ist ja nicht mal das wertvollste nach Marktkapitalisierung, eines der wertvollsten Unternehmen, wieso haben die denn keine KI-Lösung? Das könnte man ja auch mal hinterfragen, bevor man das fragt. Warum müssen sie auf Google zurückgreifen? Es ist doch ein Eingeständnis, dass sie diesen Hype, diesen neuen Trend komplett verpennen. Apple verpennt nur noch alles. Die verwalten nur noch ihre Erfolge von Steve Jobs, iPhone, mal in dieser Farbe, mal in dieser Farbe, mal in dieser Farbe. Aber ansonsten, ähm, also im KI-Hype ist das ein Eingeständnis gewesen, dass man dort komplett raus ist. Dass man dort komplett raus ist, alles verpennt hat und jetzt auf Google zurückgreifen muss. Naja, gut, also deswegen hat man vielleicht hier auch ein bisschen wieder abgegeben. Apple ja sowieso, man sieht es ja, ein ziemlicher Underperformer. Mal schauen, ob wir das Zwischentief am Ende noch triggern und vielleicht dann sogar einen Doppeltop mitnehmen. Also das wird ja spannend. Die Bullen müssen hier dran sein. So ein kleines Todeskreuz haben wir schon, wo die 50-Tageslinie, die 200-Tageslinie kreuzt. Das klingt immer ganz schrecklich, aber ja, ich bin da nicht so, die ja nur auf dieses Signal schauen möchte. Aber das ist letzte Woche, wurde dies generiert. Hier nochmal zu sehen, die Underperformance von Apple zum Nasdaq 100, zum Gesamtindex. Apple jetzt über 10% im Minus. Der Nasdaq steht gut im Plus. Eine solche Differenz, eine solche Underperformance gab es das letzte Mal 2013, elf Jahre her. Ja, das ist schon interessant. Apple war in den letzten Jahren, weil ich immer der Antreiber für jeden Bullenmarkt, jede bullische Bewegung. Jetzt sind sie nicht mehr mit dabei und auch nicht wirklich ohne Grund. Nvidia gestern auch mit der AI-Konferenz, die wir haben, die nun gestern nach Börsenschluss ihren Auftakt gefunden hat. Hochgesprungen 5%, aber dann am Ende ist auch nicht mehr viel übrig gewesen, hat man alles wieder gut abgegeben. Allzeithoch bleibt auch entfernt, kurz vor der 1000-Dollar-Marke. Charttechnisch ja auch interessant, hatten wir ja auf diesem Kanal auch schon charttechnisch angesprochen, dass da so eine große Verbindungslinie verläuft. Ja, und das haben wir das letzte Mal, dass wir jetzt am Allzeithoch waren, war der 8. März. Gestern der Versuch auf der Oberseite wieder komplett abgegeben. Mal gucken, ne. Sell the News mit Beginn der AI-Konferenz, aber die läuft bis Donnerstag, ne. Die läuft noch bis Donnerstag, aber das sieht man eben sehr gerne zwingen. Ich bin mal gespannt, ob dieser gestrige Schub für den Tech-Bereich in der Tat so gut sein wird, dass man den halten kann oder ob das wieder das Umschichten geht, ne. Heute Russell wieder besser, Nasdaq der Underperformer. Werden wir sehen, schauen wir uns dann natürlich in der Trader-Community genau an. Vergleich Nvidia zu Apple sei auch erwähnt. Haben ja fast mittlerweile die gleiche Marktkapitalisierung, weil Nvidia so extrem aufgeholt hat. Aber wenn wir uns die Umsätze und die Gewinne anschauen, gibt es doch immer noch einen ziemlichen Unterschied. Apple hat mehr als 6-fachen Umsatz von Nvidia und mehr als 3-fachen des Nettogewinns von Nvidia. Hier zu sehen, hier zu sehen. Aber trotzdem fast gleich Marktkapitalisiert. Da ist eben noch ein sehr viel positives Szenario bei Nvidia drin. Bei Nvidia ist vor allem auch die Profitabilität das Entscheidende. Die sind sehr profitabel. Und die Frage ist, ob man das so halten kann. Bei Apple sehen wir ja auch das Umsatzwachstum. Seit 2022 passiert da nicht mehr viel. Apple hat ein Wachstumsproblem und das sehen wir ja durch KI vorpennt und letztendlich haben sie ja die Vision Pro. Mal gucken, ob die sich so gigantisch verkaufen wird. Das ist doch eher ein Nischenprodukt. Also Apple hat ein bisschen Probleme für so ein großes Tech-Konzern, der eigentlich überall vorne dabei sein möchte. Gestern war es ein bisschen ein Armutszeugnis. Aber von den absoluten Zahlen, die schwimmen trotzdem in Cash, die generieren noch ordentlich Gewinne. Es ist nur die Wachstumsstory stimmt dort nicht mehr. Und bei Nvidia stimmt die Wachstumsstory, aber sie muss eben weiter so gigantisch erzählt werden. Und andernfalls ist man vielleicht doch etwas zu arg hoch bewertet. Werden wir weiter verfolgen. Tesla, wo sind eigentlich die Big Techs? So zweigeteilte Bilder. Einmal Nvidia, dann haben wir mal Apple oder Tesla. Tesla minus 60 Prozent. Oh, ich bleibe auf die Taste gekommen. Hier sind wir richtig. Apple minus 60 Prozent seit dem Hochpunkt November 2021. Das ist die längste Drawdown-Phase, längste Rücksetze, zweitlängste Rücksetze an der Geschichte von Apple seit dem IPO 2010. Über 860 Tage nun seit dem Hochnovember 2021 und 60 Prozent. Elon, Elon, help. Geht es auch ordentlich zurück. Tesla war ja auch mal so ein Highflyer. Geht immer höher, noch höher, noch höher. Immer höhere Kursseile gehen ja alle nicht pleite. Aber irgendwann kommt dann doch mal der Weckruf. Irgendwann, ja, vielleicht gehört Tesla doch nicht die alleinige Weltherrschaft bei der Elektromobilität. Vielleicht kommt Konkurrenz dazu. Es ist so ein ganz ähnliches Bild zu Nvidia. Mittlerweile kommt da eben auch der Weckruf bei Tesla. Andere können vielleicht auch noch E-Autos herstellen. Und beziehungsweise ist der E-Auto-Hype vielleicht doch nicht ganz so groß bei Nvidia. Wir sind alleine gut positioniert. Die anderen, die haben gar keine Chance. Alleinherrschaft beim Thema KI. Ähnliches Thema war es bei Cisco Ende 90er Jahre. Alleinherrschaft beim Thema Internet. Das ganze Internet über unser Router. Dass diese Gewissheit, wir sind als einziges Unternehmen dafür beim Besten positioniert. Überall, wo es Cash zu holen gibt, wo es Gewinne, Rendite zu holen gibt, da gehen dann ganz schnell auch Unternehmen mit rein. Und dann gibt es Konkurrenzdruck. Und dann mal gucken, ob man diese Gewinnmargen so halten kann. Vermutlich da auch nicht. Kein Weltuntergangsszenario für Nvidia, Tesla und Co. Aber die Realität klopft dann eben doch mal gerne an, wenn die gigantische Wachstums-Story doch Risse bekommt, weil andere auch was vom Kuchen haben wollen. Sei einfach mal erinnert im Nvidia und KI-Hype. Schauen wir auf die Positionierung der CTEs, Vermögensverwalter, die primär auf die technische Analyse ihre Entscheidung berücksichtigen. Die waren Ende 2023, das hat man ja hier auf diesem Kanal auch angeschaut, extrem untergewichtet waren die starke Verkäufer im US-Markt. Da haben wir die Bullenflagge aufgelöst. Bullisches Zeichen. Da sind die CTEs natürlich voll dabei. Und die sind jetzt natürlich sehr stark investiert von starke Verkäufer zu starken Käufern. Mal gucken, ob wir hier vielleicht schon ein bisschen jetzt doch topisch werden und umdrehen wollen, dass sie vielleicht doch nicht mehr kaufen. Noch hat man keinen Grund zu verkaufen. Das merken wir ja auch schautechnisch. Wie gesagt, schauen wir uns heute auch nochmal an. Und da Goldman Sachs hat auch so eine kleine Prognose für die CTEs, dass die Verkäufer werden im April, wenn die 5.000 im S&P 500 tangiert wird. Dann sind die ganz schnell auf der Verkäuferseite und damit hätten die auch ganz schnell wieder Druck. Der April, hat das im Wochenausblick gesagt, Liquiditätsengblas. Und dann, wenn da größere Verkäufer auftreten, wir haben auch die Buybacks, die jetzt in die Blackout-Periode gehen. Schauen wir uns auch gleich noch an. Ja, und das in so einer Liquiditätsengpassphase wäre das nicht sehr stark. Mal gucken. Aber noch halten die Unterstützung, noch klammert man. Aber nur so im Hinterkopf, falls man die reisen in einem Markt mit immer dünnerer Liquidität, können wir eigentlich große Verkäufer nicht gebrauchen. So ein bisschen für den Hinterkopf. Die 5.000 haben wir noch nicht gerissen, aber einfach mal im Hinterkopf behalten. Das ist hier die Prognose von Goldman Sachs. Von starken Käufern zu starken Verkäufern geht es dann wieder. Die Non-Dealers Positionierung in den US-Aktien-Futures, hat man ja auch diskutiert. Die waren extrem short. Also Non-Dealers sind alle, ja, Fondsmanager zum Beispiel, Fonds, Hedgefonds, alles mit dabei. Es ist auch nicht so eine homogene Masse. Ziemlich heterogen. Denen einige verwalten hat, ihre Kunden, die Kundengelder, die sind ganz bewusst, sagen sie, wir sind auf dem Zug. Wir wollen dort Reihen andere hatchen. Also ganz deutlich lässt sich das nicht sagen. Was aber sehr gerne gesehen wird, sind die Extrempositionierung, dass sie gerne dann als Kontraindikation gesehen werden. Und diese Extrempositionierung hatten wir Ende 2022, marktief, alle extrem short. Und dann, ja, von extrem short geht es jetzt wieder auf extrem long. Ist das jetzt auch schon zu extrem, ist das schon die Kontraindikation. Aber es ist ein bisschen auffällig, wie die CTEs auch, die sehr gut positioniert sind. Also solange die Unterstützung halten, stimmt auch die Story. Aber charttechnisch sehen wir ja auch, dass es immer mühsamer wird, diese Bewegung. Wie gesagt, da schauen wir uns dann alles zum Shortcheck etwas an. Also hier ein bisschen zu schauen, wie die institutionellen Anleger positioniert sind. Und die sind momentan long, long. Wir sind long, long, long. So lalalala long, wie man seit vielen Jahren nicht mehr war. Und short war man da, wo man hätte nicht mehr short sein dürfen. So ist das dann manchmal auch. Auch die Profis kochen eben auch nur mit Wasser. Buybacks hatte ich eben schon erwähnt. Die Aktienrückkaufprogramme, die ein wichtiger Punkt sind für jede Anstiegsbewegung. Die Anstiegsbewegung, hatte ich ja auch schon im Trading Chat geschrieben, kommt mit hinein. Verpasst dir nichts, nutzt das Angebot. Ersten Link in der Videobeschreibung. Buybacks, jetzt sind 60% der Unternehmen im S&P 500 in der Blackoutperiode, da wo keine Rückkäufe mehr getätigt werden dürfen. Ende der Woche sind schon 85% und das dauert an bis Mitte April. Also auch hier in einem Markt mit austrockener Liquidität. Buybacks fallen als Stürze auch noch weg. Müssen die CTEs bleiben hoffentlich noch im Markt. Bitte nicht noch die 5000 reißen. Dann haben wir die auch noch als Verkäufer. Also die Storing muss bitte am Laufen bleiben. Jetzt keinen Druck aufkommen lassen. Aber weniger Liquidität. Buybacks laufen jetzt in die Blackoutperiode. Wird spannend. Gestern die Differenz auch wieder gesehen. Ölpreis nach oben. Ölpreis neues Jahres hochgeholt. Wird vom Aktienmarkt auch noch ignoriert. Zumindest im Breitenmarkt, Tech-Bereich. Ja, wir haben KI. Gott sei Dank, KI löst das mit dem Ölpreis. Aber die Mid-Caps, Small-Caps, die sind da schon unter Druck. Weil Anstieg Ölpreis, neues Jahreshöchsterstand seit November ist auch ein Punkt. Letzten Antreiber der Erzeuger- und Verbraucherpreise waren die Energiepreise. Zieht der Ölpreis weiter an, dann ziehen die Verbraucher- und Erzeugerpreise auch wieder an. Die Inflation verfestigt sich oberhalb der 3%. Und dann haben vielleicht doch die anderen Rechte, die sagen, ja, vielleicht kommt gar kein Zinsschritt im Juni. Also mal gucken, wenn sich die Inflation wirklich auch die nächsten Datensatz, der dann wieder kommt, wieder höher ausfällt. Wie soll denn die Fed dann bitte die Zinsen senken? Wie soll die Fed die Zinsen senken, wenn wir plötzlich einen leichten Aufwärtstrend bei den Verbraucherpreisen wieder haben, bei der Inflation? Also das müssen wir weiter verfolgen, den Ölpreis. Und das hat man ja auch schautechnisch schon geschaut, dass da auch noch ein bisschen was nachkommen kann auf der Oberseite. Golden Cross, ein kleines Golden Cross hat der Ölpreis auch generiert, 50-Tages-Linie hat von unten die 100-Tage-Linie gekreuzt. Klingt immer fantastisch, Todeskreuz, Golden Cross. Es ist alles nur immer ein kleines Signal. Ein bisschen was Positives hier. Ja, die Gasspeicher, der Winter ist fast vorbei. Gegen Mitte März wird meistens der Wendepunkt erreicht. Wir haben den Winter wieder ohne russisches Gas, zumindest über die Pipeline. Über andere Wege kommt ja trotzdem noch was rein. Aber die Speicher gut gefüllt, 66%. Auch dieser Winter wurde gut überstanden. Sieht man mittlerweile ja auch bei den Großhandelspreisen, auch beim Strom, dass da eine Normalisierung stattfindet, die aber noch nicht an PMN-Kunden ankommt. Aber wieder bestanden, 66%. Vermutlich bleibt man hier gut positioniert. Der Winter war aber auch wieder deutlich milder. Japan war auch dran. Kurzer Blick auf Japan noch. Die Bank von Japan hat erstmals seit vielen, vielen Jahren hier wieder mal einen Zinsschritt nach oben gewagt. Und die Negativzinsen von minus 0,1% beendet. Jetzt um 20 Basispunkte nach oben. 0,1% Yield Curve Control beendet. Man kauft keine ETFs mehr. Aber alles genau in den Erwartungen, die der Mark schon hatte. Es wurde ja lange genug angekündigt. Und genau das wurde geliefert. Man hat alles so ein doofisches Paket verpackt. Also mit Sprache, zurückhaltend sich geäußert, doofisch, was taubenhaft geldpolitisch nicht so restriktiv geäußert. Obwohl man das eigentlich in restriktiver Maßnahme hat man so in eine taubenhafte Maßnahme verpackt. Damit es nicht ganz so der rüberkommt. Der Markt war vorbereitet. Und letztendlich, ja, der Nikkei 140.000. Das war einfach erwartet. Termine heute noch. Kurzer Blick drauf. ZDW Konjunkturerwartung kommen. 11 Uhr rein. Einzige wichtige Termin heute. Was wird erwartet? Ja, es wird mal eine Verbesserung erwartet in Deutschland und der Eurozone. Vermutlich aktuelle Lage wieder schlechter. Erwartungshaltung wieder besser. Das sieht man gerne bei solchen weichen Wirtschaftsdaten. Ja, alles ist schlecht aktuell. Aber es wird besser. Vermutlich wird das wieder ganz ähnlich ausfallen. Wir gehen noch ganz schnell hinein in den DAX. Gestern minus 0,02%. Ein Tag mit X. Also ist nicht viel passiert. Wochenkerze hier zu sehen. Doge nahezu unverändert. Die 18.000 bleibt weiterhin die erste relevante Zone. Kommen wir dort rüber. Positioniert sind wir wieder in diesem Bereich. Haben wir noch die Chance für weitere 100, 150 Punkte. Und deshalb kann mal so eine kleine Konsolidierung aufkommen. Über die 17.8 bis Richtung 17.650. Bis zum Aufwärtstrend wäre das dann denkbar. Hier nochmal ein Tagesshort hinein. Die einzelnen Tagescluster. Das war Freitag. Das war Montag. Man kommt nicht wirklich voran. Man schließt immer hier auf dem gleichen Niveau. Und dieses Niveau bleibt heute auch der erste Support. Bei 17.940, 950. Oh, bleibt die Spanne zur 18.000. Darüber können wir ein neues Allzeithoch knacken. Richtung 18.065. Darüber Chance 18.1. Unterhalb hingegen. Ja, dann hätten wir die Range zur 17.880. Die erste relevante Supportzone. Brechen wir dort durch. Hätten wir die erste Eintrübung. Und wir könnten die Konsolidierung in die vierte Welle beginnen. Hatte ich ja auch schon übergeordnet gezeigt. Poste ich auch nochmal im Trading Chat. Aber eigentlich haben wir das im Wochenausblick ja auch besprochen. Aber erst unterhalb der 880. Und dann geht es dann Richtung 840, 810 als ersten Cluster. Und darüber können wir dann Richtung 750 mal die unechte Gap-Zone ansteuern. Kurzer Blick in den Stunden-Short hinein. Da ist eben auch noch der Impuls zu sehen. Seit Februar, der weit gelaufen ist. Und dann wie gesagt hier mal rein konsolidieren kann Richtung 17.5. Ganz normale Konsolidierung in Form einer Bullenflacke. Wäre das hier zu erwarten. Und unterhalb der 880 wird das eben auch ja wahrscheinlich. Aber ihr seht es ja selbst. Halten wir. Halten wir. Immer kurz davor noch abgedreht. Hier der kurzfristige Aufwärtstrend. Heute knapp 29 ansteigend. Das sind die ersten wichtigen Unterstützungen. Ja, im Stunden-Short 920 ansteigen bis 950 im Tagesverlauf. Ist ja die Zone, die man eben auch gesehen hat. Im Tages-Short darunter 880 letzter Halt. Ansonsten sieht es danach aus, dass die Konsolidierung ihren Auftakt nimmt. Mit erste größere Zielzone Richtung 57. Bis dahin lebt aber die Chance, dass man hier in der fünften Welle, in der wir sind, eben auch noch eine fünfte Welle einzeichnen können. Hatten wir ja letzte Woche schon gesagt. Er ist der vierte, fünfte. So knapp nach oben laufen. Wäre noch vollkommen in Ordnung. Die erste darf nämlich die vierte laufen. Also nicht die 880 tangieren. Sehen wir ja aktuell nicht. Und ja, da lebt eben diese Chance noch. Die Chance würde heißen, reißen wir die 880 nicht. Stabilisieren wir uns heute im Idealfall schon oberhalb der 49, 59 Chance, dass wir hier oben auch noch reinlaufen können. Da sind wir, dass das ein bisschen der Türöffner neues Allzeithoch 18.100. Diese Chance lebt noch. Hier im 5-Minuten-Short aus den letzten Wochen noch. Nochmal diese 5 Welle, wo dann auch noch die fünfte Welle möglich ist. Hier mit der 880 hier im 5-Minuten-Short auch zu sehen. Haben wir nicht gerissen. Vorher abgedreht. Mühen uns hier etwas. Aber die Chance lebt. Solange wir hier nicht reinlaufen und die Sache hier als drei Welle nur beenden, ist die Chance. Die Vorteile liegen dafür auf die fünfte. Dass wir die fünfte Welle über die 18.000 zu 18.1 dann auch noch holen können. Beziehungsweise zumindest hier das Allzeithoch herausnehmen können. Ja, das ist der DAX gestern. Minus 0,02 Prozent. Ist ja jetzt nicht so doll gewesen. Müssen wir noch nicht so drauf eingehen. Erster Support hält. Hält jetzt nicht sehr dynamisch. Aber er hält. Und solange er hält, Vorteil für ein weiteres Allzeithoch Richtung 18.1 gegeben. Schauen wir uns vielleicht heute dann, wenn ich den Livestream rausbringe. Ansonsten ist es auch nur ein Video und Short-Check für die US-Indizes. Können wir dann auch nochmal ganz kurz drauf blicken, ob der Bereich auch weiter gehalten werden konnte im Tagesverlauf. Opening Bell ist in 15 Minuten in Europa. Und wir sehen uns dann sehr gerne in der Trader-Community. Nutzt, wie gesagt, den Link in der Videobeschreibung, wenn ihr die große Aktion wahrnehmen möchtet, mal reinschnuppern wollt. Diese Möglichkeit gibt es vermutlich nur diesmal, nur in dieser Woche, in diesem Jahr. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch einen guten Auftakt. Mal gucken, ob wieder das Umschichten beginnt. Diesmal Drussel besser, die Nebenwerte besser, dafür Tech schwächer. Selsenews nach der KI-Konferenz. Wir sehen uns. Bis dann auf tradingportal.net oder hier auf diesem Kanal. Bis bald. Macht's gut und ciao. Tschau! Untertitelung des ZDF, 2020